Heiliger Abend. Ein dick verschneiter Tannenwald. Eine große Tanne, der ein Ast abgeschlagen ist. Daneben die Hütte von Mutter Berte. Die Kinder treten aus der Tür, jedes mit einer brennenden Laterne in der Hand. Gebt Acht auf eure Lichter und macht schnell, damit ihr vorm Glockenläuten zu Hause seid. Und verirrt euch nicht im dunklen Wald. Die Tanne mit dem abgeschlagenen Ast kennt ihr ja. Auf Wiedersehen, Mutter Berte. Wir finden schon den Weg. Die Laternen leuchten so hell, dass es gar nicht dunkel ist im Wald. Hier hinaus müssen wir. Nein, hier geht der Weg. Ich weiß genau, hier kamen wir her. Da sind ja auch die Spuren von Mutter Bertes großen Schuhen. Sie verschwinden zwischen den Tannen. Mutter Berte kommt mit einer großen Schüssel aus der Hütte und streut den Tieren des Waldes Futter.